und anschluss treffe durch die angewechselte mori lord elie aus montpellier neun tore in der wm qualifikation stark bei den standards ihr kopfball zum anschluss treffer 1 zu 2 nur noch gegen drei deutsche spielerinnen elftor in den letzten fünf länder spielen marie lord elie 21 treffer in den letzten 20 partien